Hallo und herzlich willkommen zum sechsten und letzten Teil unserer Erklärvideos zum Thema iMovie. Wenn alle Clips gefüllt sind und alle Texte geändert sind, dann ist der Trailer endlich fertig. Wenn man nun oben links auf Fertig tippt, kommt man zur Projekteübersicht des Trailers. Hier kann man sich den Trailer nochmal in der Vorschau ansehen oder auch im Vollbild. So kann man den Trailer natürlich auch anderen zeigen. Falls man doch noch etwas am Trailer ändern möchte, kann man von hier aus immer wieder mit bearbeiten zurück in den Trailer. Zum Teilen tippt man unten in der Mitte auf den Teilen-Knopf. Man kann das fertige Video direkt in eine andere App laden, wie beispielsweise YouTube. Dabei muss man aber darauf achten, dass die im Trailer verwendeten Bilder und Videos alle selbst gemacht sind. Wenn man Bilder oder Videos von anderen verwendet hat, verletzt man sonst vielleicht das Urheberrecht. Man kann das Video auch auf dem iPad sichern. Hier muss man dann auswählen, in welcher Größe das Video gesichert werden soll. Dabei kommt es darauf an, was man später mit dem Video vorhat. Mit der Größe Mittel macht man meistens aber nichts falsch. Wenn man eine Größe ausgewählt hat, wird der Film in die Fotomediathek kopiert. Das kann einen kleinen Moment dauern. Wenn man diese Nachricht sieht, ist der Film fertig exportiert. Wenn man nun in die Fotos-App wechselt, findet man dort seinen Film. Meistens befindet er sich in der Kategorie zuletzt und dort kann man den fertigen Film dann auch noch einmal ansehen. Wir wünschen viel Spaß beim Erstellen von Trailern für den Julius Club 2020. Genau.